Dass sozusagen in Zukunft Fehler nicht mehr passieren, das ist ganz ein anderer Zugang, als zu sagen, du warst schuld und deswegen dein Problem schade und im schlimmsten Fall quasi rauswurf, weil so ein Fehler darf nicht passieren, so ungefähr. Und dann passieren diese ganzen negativen Spiralen, die du gerade erwähnt hast. Ja, ich glaube, das war so halbwegs sogar das Thema, auch wieder vom Jogger eigentlich ein sehr schönes Beispiel gehört, wo er darüber gesprochen hat oder er hat das Beispiel irgendwie so gebracht, so angenommen ein Mitarbeiter oder der Mitarbeiter kommt zu ihm oder kommt zur Führungskraft und sagt so, ja, irgendwas hat nicht geklappt und das war schlecht, das war schlecht, wie auch immer. Dann ist quasi die, und es kann sogar sein, dass es da auch im großen Kontext um dieses Verantwortung übernehmen gegangen ist, aber da hat er quasi gesagt, naja, das Allererste, was da die Führungskraft macht, ist zu fragen, was kann ich besser machen, damit du das nächste Mal das Projekt schaffst? Wo habe ich dich zu wenig unterstützt? Wo habe ich dir die Strukturen nicht ermöglicht? Wo kann ich dir beim nächsten Mal bessere Anweisungen geben, damit du das schaffst? Und das ist quasi genau die Perspektive mit Verantwortung ist dann nicht etwas, das man abwälzt, sondern auch quasi als Führungskraft empowerst du quasi dich selbst und den Mitarbeitern und den Mitarbeitenden, indem du den Ball quasi vorwärts spielst und quasi fürs nächste Mal das Ganze schon wieder hochhebst, indem du sagst, naja, aber was kann ich das nächste Mal tun? Was habe ich jetzt zu wenig gemacht? Wie kann ich dich besser unterstützen? Und nicht dann quasi nur auf die Person beziehen, ja, aber wie hast du denn gearbeitet? Nein, nein, die Frage ist, wie kann ich dich besser unterstützen? Und das fand ich auch ganz interessant. Das hat er natürlich sehr schön plastisch dargestellt mit dem Beispiel, aber es passt, finde ich, auch da jetzt sehr gut hinein, weil das ist ja genau dieses Potenzial, diese Beziehungsebene, die natürlich da sein muss, wo man auch so mit Mitarbeitenden sprechen kann, dass so, hey, wo kann ich dich da besser unterstützen? Und wieder, auch da ist ja dieses, das Ego muss man abdrehen, weil, ja, also man sitzt als Team quasi im gleichen Boot und das ist quasi auch dann als Führungskraft das eigene Anliegen, dass das funktioniert.